Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zur zweiten Aufnahme des Ethers. Wir haben eben schon mal eine gemacht, die haben wir aber verkackt. Ist doch irgendwie letztes Mal schon passiert, ne? Kommt ihr bekannt vor? Kommt mir bekannt vor, ja. Und ich war es diesmal nicht schuld. Es war sein PC. Er ist der PC des Todes. Ja. Nein, er ist der PC der Langsamigkeit. Und ja, Langsamigkeit ist ein Wort. Okay. Ich habe heute was rausgefunden mit Philipp zusammen. Und zwar, älter ist ein richtiges Wort. Und das ist der Singular von Eltern. Älter. Das steht in Wikipedia so. Älter. Älter. Älter ist ein biologischer Erzeuger. Also ein älter, ja. Ja, aber ich würde jetzt älter als äh... Ja, mit E geschrieben. Nicht mit Ä. E. Also wie die Eltern. Nur mit älter halt so. Okay. Älter. Steht in Wikipedia. Wollen wir das jetzt sagen? Ja, äh. Du hast es sicherlich auch irgendwann schon mal gesagt und so gesagt. Das hört sich total bescheuert an. Das gibt es bestimmt gar nicht. Nein, ich sage es aber nur Eltern. Ja, aber wenn du jetzt nur von deinem... Von einem der Eltern Teile sprichst sozusagen. Dann sage ich mein Alter oder meine Alte. Achso, ja. Das kann man natürlich auch machen. Das kann man natürlich auch machen. Okay. Ja, gut. Wie würdest du das in einen Satzzusammenhang packen? Ein... Meine... Ja, genau. Aha. Verdammt. Eine meine älter? Einer von meinen älter? Nein. Mein älter. Mein älter. Meine alte. Ja, genau. Scheiße. Das hört sich doch gar nicht so cool an, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke. Ja. Wie wär's das nächste Mal mit erst denken, dann im Let's Play erwähnen und dann nochmal drüber nachdenken? Erst denken... Ja. Erst denken, dann reden, dann nochmal denken und dann sich an den Kopf schlagen, weil es Bullshit war. Ach ja. Ja. Solltest du auch mal probieren. Klappt wunderbar. Yay. Ich... Ich komm da drauf gar nicht klar. Ich baue mal weiter das Dach. Ja, und ich verschwinde, äh, gleich, wenn ich Pech hab von dieser Ehre. Hoi. Hast du ein Wassereimer dabei? Hast du ein Wassereimer dabei? Brücke. Weiß ich noch nicht. Ich kann halt nicht nachgucken. Ich will es gerade bis zur Brücke schaffen. Und ich hab's geschafft, ich bin in Sicherheit. Äh, nein, ich hatte keinen dabei. Nimm deinen Wassereimer mit. Was soll denn das? Du musst dein Vorbild sein. Das haben wir doch in der letzten Folge schon versucht. Das ist knapp, doch eh nicht. Ich, bei mir hat's funktioniert. Wo ich's gar nicht probiert habe. Bei dir. Das ist ein Wölkchen. So, jetzt pass auf. Löffel sie. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Sie ist vor deinem Ebenbild erstarrt und... Nö, die schwebt da. Die chillt da so ein bisschen. Die ist cool. Die Wolken können chillen. Seid ihr cool miteinander? Ja. Besonders, weil sie jetzt tot ist. Hat sie ein Beil? Oder hatte sie ein Beil? Sie hatte drei Beine. Nein, ein Beil. Ach so, nein, sie hatte kein Beil. Wenn du ein gewisses Horrorspiel bei einer gewissen Person guckst, über die wir in der Folge schon mal gesprochen haben... Sag doch einfach Axt, Alter. Mann. Nein, keine Axt, ein Beil. Wo ist der Unterschied? Älter, Eltern, was ist da los? Aber eine Axt ist ein Beil in diesem Let's Play-Fork haben und nicht Axt. Aber eine Axt ist ein Beil. Nein. Doch. Nein, ein Hackebeil ist das andere als eine Axt. Stimmt, ein Hackebeil, da ist mal ein Metzger. Siehste. Aber ein Metzger kann auch eine Axt haben. Ich gebe dir gleich eine Axt. Wenn das ein etwas gröberer Metzger ist, so wie Otto. Ja. Alter. Nein, ich falle. So, warte. Wassereimer. Jetzt will ich den Wassereimer suchen. Drei, zwei, eins. Hahaha, es hat funktioniert. Er leckt mich doch. Bitch, ich wüsste doch, dass das geht. So. Da leckt mich doch. Da, 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 da. O-Zapf, dies. So. Ne. Na, nicht O-Zapf. O-Zapf, dies. O-Zapf. Ein Wölkchen. Die Wölkchen ist aggressiv. Wölkchen ist aggressiv. Ja, siehste mal hier, Diamantschau, wir wollen halt, wa? Was da los? Wie viel Attack-Dematch hat denn die? Okay, plus vier. Und das Schwert plus sechs. Aber das Schwert macht irgendwie keinen One-Hit. Da muss irgendein Insider dahinter stecken. Ich falle. Ich, ich falle. Wölkchen. Hier, wenn ich die, wenn ich die mit dem Schwert haue. Warte mal, komm mal her, komm mal her. Ja. Wenn du die mit dem Schwert haust, was dann? Okay, sie ist auch One-Hit, aber, äh, okay. Wie viel Attack-Dematch hat denn deine Schaufel? Das steht doch da. Drauf. Äh, drei. Okay, die hat vier. Ja, gut, dann sterben die bei vier, vier, äh, Attack-Dematch. Hast du wirklich eine Beere in diesem Dach vergessen? Also, wirklich? Ja. Soll ich jetzt wieder rauskommen? Shit happens. Bau dich mit Erde hoch. Willst du Erde haben? Ah, hast du schon. Siehste, man sollte auch immer Erde dabei haben, weil Erde ist, kann Leben retten. Hm, klar. Erde hat schon Leben gerettet. Hm. Damals, damals im Krieg. Hast du alles gleich schon gebrannt? Nein, ich hab noch was im Inventar. Gut, also es reicht auch, glaub ich. Diesmal könnte es reichen, eventuell. Eventuell? Naja, wir haben auch viermal geholt, also. Ja. Es sollte langsam mal reichen. Ja, wir haben auch vier geholt. Das stimmt allerdings. So, dann haben wir sogar noch ein Dachgeschoss. Und dann können wir unser Haus nie wieder verfehlen, weil es ein leuchtend rotes Dach hat. Yay. Gerade zu funkelt. Ist echt so, ne? Oh, wie mich das gerade aufregt, dass bei meinem Handy dauernd WhatsApp aufblinkt und dadurch der Timer gestopft wird. Ich bin der Whatsapper. Ja, äh, so. Geht mir heute Party, war, äh, bin am Start. Ich bin auf MC40 Einstellungen, wie auch immer. MC40 ist halt MC40, ne? Ja. Schön und gut, aber... MC40 ist MC40. Mhm. Schön. Weil... Schön, dass wir das klären. Ich feiere das irgendwie. Obwohl ich momentan auch einen anderen Rapper, Sänger, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, wer denn? Kennst du... Ne, kenn ich nicht. Jetzt hab ich den Namen vergessen. Ja, das ist, äh, Schlauheit hoch 10. Ohne Scheiß, ich komm grad nicht drauf. Ja, ist doch egal. Ich hab, ähm, ich hab erst... Ich hab erst, ähm, ein Lied von ihm gehört. Aber ich, ich hab... Du hast ein Lied von jemandem gehört. Ich hab das gefeiert. Ich lauf grad irgendwie nur hin und her und hab da keine Ahnung, was ich tun soll. Einen Moment. Ich geh mal kurz... Live in der Aufnahme zu Facebook sieht man ja nicht. Sieht man ja nicht. Nein. Schaufe! Ne, aber bei OBS sieht man das nicht. Bei Fraps sieht man das übrigens auch nicht, aber okay. Ja, aber bei Fraps hast du vielleicht Angst, dass deine Aufnahme irgendwann abbricht. Das hat zumindest... Warum das denn? Also ich hatte das zumindest immer. Nö. Nicht. Also ich nicht. Ich hoffe, ich stehe hier relativ safe. Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da drin? Äh, warte. Ich frage es, wie du da nachher wieder rauskommen willst. What does the Fox say? Nein. Who the Alan? Genau, Who the Alan, Alter. Was ist da los? Kenn ich nicht. Ähm, ich kann ja nachher mal ein Lied schicken von ihm. Ja, nachher. Also Link, so. Jetzt gerade nicht. Ja, jetzt ist schlecht. Ähm. So, du meintest eben, wir müssen nochmal vor Ort beginnen in die Unterwelt. Was wollten wir da noch gleich machen? Wir wollten... Ähm, ich weiß nicht, ob es mit der Kohle jetzt reicht. Das könnte auch reichen. Entweder ein bisschen Kohle noch holen oder ein paar Diamanten. Wo willst du auf die schnelle Diamanten herkriegen? Ja, ich hab ja nicht gesagt. Das kriegst du auch in keiner ordentlichen Folge schnell zusammen. Naja. Was heißt hier naja? Ich weiß nicht, ob man die Erlaubnis hat, Offscreen mal zu suchen. Also, meist sind ja nur Diamanten. Das haben wir ja hunderttausende Male in der Vorbereitung schon gemacht. Ja, ihr. Jetzt bin ich aber dabei. Wenn du dir drei Stunden Diamantensuche anbetut willst, gern. Nein, ich fliege. Ah. Wir könnten ja mal nachfragen. Wir wollten ja schon in der zweiten Folge, hatten wir ja eigentlich schon vor, eine User-Umfrage einzubauen. Dann bauen wir die einfach jetzt schon mal ein. Ähm. In... Wie machen wir das? Machen wir das mit externer Umfrage? Oder... Ja, in... Oder... Kommentar? Ja, guck, machen wir Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Genau. Wenn ihr wollt, dass wir Offscreen ein bisschen was suchen. Also, sei es Diamanten, sei es Kohle. Wollen die Wolken mich eigentlich komplett verarschen? Komplett ver... Okay, warte mal. Hier kommen gleich Items runter. Ne, Quatsch. Wo denn? Ha, verfickte... Hm. Was hast du nie? Schöne Schweste. Okay, warte mal. Wo bist du denn überhaupt runtergekommen? Ah, meine Items sind so halb runtergefallen und... Ah, B, C, D, E. FG. Kann ich den Creative Mode benutzen? Nein, ist ja auch cool. Nein, wo bist du denn? Wo sind deine Sachen? Die laufen schon lang. Such sie schon. Guck mal da unten, ob die da runtergefallen sind. Was? Hier runter, oder was? Hier ist noch ein Teil an Sachen. Ich fall schon wieder runter. Das ist doch zum Kotzen. Hui. Klatsch. Ich seh dich da unten. Ich seh dich da unten. Kopf, Lando. Nein. Punkt, Lando. Ja. Nicht so ganz, ne? Ah, ich fand das ganz gut. Die müssen da irgendwo runtergekommen sein. Ist da irgendwas runtergekommen? Nö, da unten war nix. Super. Bist du auf Land gefallen, ne? I hate this shit. I hate this shit. Wo bist du hingefallen? Ja, es müsste ja hier in der Nähe vom Portal irgendwo sein, aber hier ist nirgendwo was. Ja, weißt du denn wo? Ja, in der Nähe vom Portal. Zwei Metern. Zwei Metern. Zwei Metern neben dem Portal. Aber es ist... Okay, ja, da musst du es da irgendwo hier in der näheren Umgebung. Ich muss... Ich komm in die Items da unten nicht dran. Welche Items? Ne, die da oben im ETA quasi liegen. Hä? Das liegen oben... Achso, das liegen oben welche im ETA und manche sind runtergefallen. Ich glaube, dass die gelöscht werden, wenn man... Die sind verschwunden, die sind weg. Toll. Egal. Aber okay. Ähm, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass wir offscreen suchen oder nicht. Schreibt mir einfach ein... Äh, ein, ein, ein... Offscreen Pure. Ja, geht. Wenn ihr wollt, dass wir offscreen suchen und ein Online-Mode... True. Oh, Gott sei Dank hab ich den Clay weggelegt, wenn der jetzt weg gewesen wäre, ne? Wenn ihr wollt, dass wir online suchen. Das hört mich voll. Können die sowohl jetzt unter diesem Kommentar als auch unter dem Video von 3L Play machen. Irgendwo. Was ich jetzt gerade hier oben rechts einblende. Boah, boah, alter. Das müsste ich jetzt, müsste ich jetzt eigentlich auch machen, ne? Das müsstest du machen. Ich könnte ja so bei YouTube so ein Kästchen machen. So, weißt du so. Wow, dann krieg ich ein Kästchen. Du kriegst ein ganzes Kästchen, jetzt sehr glücklich. Hm, du kriegst ein ganzes Video, also sehr glücklich. So, ich muss jetzt mal hier hoch. Oh, ich hab meine Diamantschaufel noch. Das ist gut, das wäre scheiße, wenn die weg wäre. Wäre das schon wieder geblasen. Pfff, weggeblasen gesagt. Lohne. Das irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber gut. Das ist ja nicht schlimm. Äh, sag mal, wie viel Clay brätst du hier eigentlich noch? Äh, wie gesagt, der dürfte genau reichen. So, hab ich... Ist das Dach nicht schon fertig? Alter, diese Wolke, ne? Diese eine Wolke. Die ist schon ganz schön crazy drauf. Ja. Und sie bläst mich schon wieder durch die Gegend. Aha, ha, Blasen. Ja, könnte ich feiern. Könnte ich jetzt mal feiern. Ich nehme das Diamantschwert jetzt mit. Weil ich meine... Was bringt dir das? ... Eisenschwert verlassen hat. Ich glaube, die sind one hit damit. Ich weiß es aber nicht. Ja, sind sie. Ja, gut, Diamantschwert reicht. Ja, vielleicht, weil ich sie noch dreimal vorher geschlagen habe. Ich geh das mal eben verzaubern unten. Moment. So, erstmal einen von diesen verkannten Vögel gekillt. Irgendwie hab ich so einen Kratzen im Hals heute. Einen Kratzen. Ich hab ja schon was aufgenommen jetzt. Ich hab ja schon drei Folgen Tag da unten hinter mir. Ähm, magst du mir verraten, woher ich die drei Diamanten in meinem Winter hab? Ähm, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Cheater. Oh Gott. Wer cheatet? Cheater. Nein, ich kann keine Diamanten in den Dings da setzen. In den Dings da se... Ach ja, unten hab ich keine Level, aber im Ether schon, oder wie? Lol. Ja, im Ether hab ich 26 Level. Aber unten nicht, oder wie? Sorte, ich komm mal kurz runter. Das ist ja strange. Da werden die irgendwie... Das ist very weird. 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 Das Pferd weird. Ja. Wenn du... Ähm... Wenn ich überlege... Hummelubelubelubelubelubelubelubelubelubel. Die Folge ist gerade, wo du gerade auf dieses Iren kommst. Ja. Hast du die letzte Folge schon gesehen? Ich... Wann kam denn die? Weil die kam Montag, also die durfte ich gesehen haben, ja. Mit den Pokerspielenden Hunden? Ja, habe ich gesehen. Und der Mayonnaise. Ich blende die Szene mal eben kurz hier ein. Frag einfach nicht. Und ich muss schon sagen, das ist sehr komisch. Möp. Wohlgemerkt, das Fenster ist zu. Welches Fenster? Das Fenster, hinter dem das Hupen stattfand. Oh mein Gott. Man sieht, die Fenster sind durchaus gut gedämmt. Also ich hab nichts mitbekommen. Hast du nicht das Hupen gehört? Nur dein Map. Und ob man das als Hupen werten kann, ist die Frage. Das hört man bestimmt in der Aufnahme. Da bin ich mir fast sicher. Das sind deine vielleicht, aber nicht hier. Da war ein Hupen. Du Kackwolke. Jetzt stirb doch endlich. Geht doch. Warum nicht reißen? Warum kann nicht jeder so sterben wie du? So. Wie viele Minuten sind wir denn? Bei 14? Bei 30. Ja. Dann können wir jetzt so langsam so in den quasi in den Ausgang faden. So. Genau. Und dann warum beschmeißt du mich mit Sand? Äh, ist ein Fetisch. Da hast du deinen Sand wieder. Ich will ihn nicht. Okay. Ich schmeiß dir jetzt sogar einen Holzblock gegen den Schädel. Ich. Ey. Ich hab ihn. Yeah. Holzblock, mein neuer Freund. Dein neuer Freund. Der Holzblock. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da kompletieren wir hoffentlich mal das Dach. Ja, und dann... Wenn du es irgendwann mal hinbekommst. Auf in neue Herausforderungen. Demnächst auch, ähm... Hier muss auch noch so eine... In ihrem Kino. Kleine, so eine kleine... Äh, ja. Sowas hier muss dann davor. Das Dach wollen wir ja... Ja, das Dach wollen wir auch noch überdachen. Hm. Den Vorgarten wollen wir auch noch zu einem Wintergarten irgendwie umgestalten oder so. War ja in der Planung, ne? Oder? Bin blöd. Warum? Oh, ich stehe. Ja? Das ist durchaus... Das ist durchaus schlecht. Ich muss grad mal schauen hier, wie du diese Türsteuerung verlegt hast. Ah, ja, okay. Wie ich es mag. Ich... Gll... Oh, wir werden... Wir werden das dann sehen. Genau. Also, wenn ihr... Nochmal der Aufruf dazu. Wenn ihr wollt, dass wir Offspielen suchen, schreibt uns ein, äh... Off-Pure in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, dass wir nur Online-Sachen suchen, also seien es Diamanten oder Kohle, dann schreibt einfach nur Online-Mode rein. Genau. Und dann werden wir mal schauen, was wir daraus basteln. Ich sag tüß die Müsli und, äh, bis denn dann. Ciao. 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 Ciao.